Er hat da ganz viel nach 20 Schritten gemacht. Was ihm eben früher im Starttraining beigemacht wurde. Soll er mehr machen. Noch viel kürzer und noch viel schneller. Aber er kann so, wenn man ihn aus dem Schritt ganz ruhig vorwärts reitet, ohne viel Beinkontakt, und dann gleich von vornherein ganz sanfte Paraden, was ja von vornherein nicht so auf Zack kommt, dann kann man ihn manchmal in einem ruhigeren Zoll halten. Das ist doch angenehm. Ja, so ungefähr. Ja, gut. Das ist gut. Das ist nämlich jetzt ein Töp, aber der ist nicht der Strakate Töp. Und das ist dann auch der Weg zu weiten. Ich weiß immer noch, dass gleiche leichte Tür vornherein ist. Einmal auf der anderen Nacht und dann... Die hat dann auch ihren Fix gehabt. Was? Die hat dann auch ihren Fix gehabt. Und wenn ich ihn so langsam halte, dann kriege ich manchmal Spaß. Ja, das ist da hinten eine heiße Ecke. Ja, das ist da hinten eine heiße Ecke, das ist da hinten eine heiße Ecke.